Nee, mach mal nicht. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Mach mal nicht. Dann hilft nur eins. Was machst du da? Bist du jetzt umgefallen? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Ich hab ein Kunststück gelernt, Genie. Alles cool. Nee. Liegst du oder stehst du? Kannst du stehen? Ich stehe. Ich hab grad... Warte mal. Ich mach hier mal einen Kuschelkopf. Und? Oh. Hör. Jetzt ist alles normal für den Kran. Ich sag rechts. Rechts. Okay, ich kann mit der Pistole auch nichts sehen. Oh. Was erwartest du? Dass da ein Brett rauskommt? Nein, dass da Leute rauskommen. Hallo. Na los geht's rein. Ach. Komm. Sehr gut. Ja, es ist halt von einer... Kuckuck. Kuckuck. Das war schön. Du hast einen Stift kurz malen lassen, was? Kuckuck. Aber davon vorher. Oh Mann, ey. Das ist belastend, ey. Oh. Nein. Ich will Kaffee raus. Wir haben einen Stift. Nja. 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 Baum in der Stein. Ja. Mein, der ist ja Baum in der Stein. Es geht euch. Komm Mikey, du willst doch bestimmt keine, also du willst doch bestimmt Kavera spielen, oder? Ich mach jetzt was verrücktes. Komm hier, spiel Kavera. Nö, ich mach jetzt was verrücktes. Komm, du hast echt alles. Ich werd jedes Schild kaputt machen, jedes. Es gibt leider keine Hostage, ne? What the fuck is das für ne Waffe? Ich hätt's nicht gemacht, hätte er es nicht in den Chat geschrieben. Ich hab mir auch gedacht, gleich fliegt's einer. Ja. 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 Ja.